Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank. Danke, schönen Tag noch. Da sind Cam Trails, Achtung. Italienischer Standard. . . Untertitelung des ZDF, 2020 Und wo geht's jetzt hin? Flora in der Glashaw, Tocco in der Glashaw. Irgendwas Altstadtmäßiges. Ja, und dann gucken wir mal, ein bisschen exploren, ein bisschen rumlaufen. Wie in der Grundschule hier so festhalten. Das wird geil hier. Ja man, jetzt reveal Altstadt. Jetzt kommt's. Once I was a waste man I would love this like the water The Splash of Zones So, ich steh aus wie der Größte holen, so mit dem Helm. So, Digga, die wird sich jetzt gegönnt. So, Digga, die wird sich jetzt gegönnt. So, Digga, die wird sich jetzt gegönnt. Was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert? Oh, ne, Digga. Was sagst du? Keine Worte. Ja, du sagst, ich kann es einfach nicht leben. Ja. Ja. Geil. Wir sind jetzt in so einer Gasse und hier ist eine Fotoausstellung. Ach, krass, okay. Okay, wir sind jetzt hier bei dem Mailänder Dom. So, hier geht irgendwas, wir gucken mal. Was geht hier ab? Läuft schon? Ich weiß nicht, ob ich es wollte. Okay, geht weiter. Ja? Ja, ja, mach. Da ist der Dom und hier geht es nochmal rein in so ein, ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich so eine Mall, so eine Shopping-Mall. Das ist schon crazy. Ich war mal in London, da war sowas ähnliches, aber viel, viel, viel kleiner. Also das ist echt nochmal eine ganz andere Nummer. Boah. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Hier sind Leute, die gehen in die Mitte und drehen sich. Das ist irgend so ein Ritual. Oh, nice. The dying Sven. Der sterbener Spahn. Der sterbener Spahn. Für gutes Glück hier. Wir haben eigentlich eine Airbnb gebucht. Könnten wir jetzt sein und schießen und sagen. Aber wir haben halt gedacht, wir wollen jetzt halt hier einfach noch chillen, sonst hätten wir halt schon lange losgemusst. Das wäre halt ultra shit. Ja, ja. Deswegen haben wir jetzt gesagt, fuck it, wir haben jeder einen Zwanni bezahlt, dann ist das jetzt halt weg. Und wir wären halt nicht mehr zum Airport gekommen. Ja, stimmt. Wir wären nur so richtig krüppelig zum Airport gekommen. Also Airport ist halt auch jetzt eine Stunde dreißig oder so. Ja, Digga. Und das ist ja Bullshit. Und vom Airbnb aus hat das eh kaum geklappt. Und ganz ehrlich, wir können halt auch einfach Airport pennen. Wie oft, Digga. Ich hab auf dem Eisenerzzug gepennt in Mauritania. Da kann ich auch am Airport pennen wirklich. Helm. Für Sicherheit. Ich hab leider keinen. Wie ärgerlich. Mir kommen die Tränen. Und auf geht's. Google Maps Type Weg, Digga. Ja. Und dann sind wir hier einfach in diesem Square. Wir sind auch, wir haben auch die Fahrradverbotsschilder geschickt und fahren, ne? Ja, Google Maps. Ich meinte, hier geht die lang, Alter. Ja, wenn die das meinen, dann ist das so, ne? Es ist so nicht legal hier zu fahren, aber es ist so egal. Hä? Ich hab nichts verstanden, aber ich fahr einfach mal hinterher. Oh, Digga, guck dir das so an, Alter, guck dir. Hallo. Oh, der Park ist, äh, wirklich dicht. Du bist dicht? Ja. Digga, guck dir das eine her. Dann mal gerne allein das goat. Jetzt kannst du wieder was. Ich werde nichts verstanden, aber weims� rein und das noch Haus. Untertitelung des ZDF, 2020